Ja und herzlich willkommen wieder, hallo meine Party People heute zu Stunways Party 47 mit Party People, geboren und zu jumpen und heute mit dabei Frau Brülli, Killerlady, Topsy, Marcy, Mille, DJ Brülli, ab geht's in den Mix! Endlich, Krieger, warm! Ja, für euch Online-Premiere, für mich da zwei... Hey, warum stehe ich hinten? Was ist das für ein Scheiß? Hier stimmt ja gar nichts mehr! Endlich kann immer von hinten alle im Arsch drehen hier! Warum stehe ich denn die Hitze? Hey! Die zwei loschen! Vorher mach mal Platz da! Ich meine die auch! Mach mal Platz da! Hey! 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 Wow! Ich hab den Mille gerettet! So eine Scheiße! Danke! Arschloch! Aber schön, wenn man von hinten startet! Kann man schön alle direkt am Anfang im Arsch drehen! Das, was ihr jetzt seit Jahren schon mit mir gemacht habt! Jetzt muss ich mich erstmal aufs Rennen konzentrieren hier! Hier ist wieder so ein dummischer... Oh nein, nein, nein! Ich will nicht mit euch da rein! Boah, der Tobi! Oh, der Tobi! Oh, der knallt! K saying vorbei! In the mix! Alles ok! Irgendeiner macht da! Nein, nein! Weck jetzt das! Ihr kaltes... Die Frau ist... Oh, die Frau! In the mix! Ach! Da war eine Kurve. Okay, dann lass mich vorbei. Was? Kann ich nicht. Jetzt auf einmal gibst du wieder Gas. Jetzt, wo ich überholen will. Das nennt man Lötigung. Auf einmal ist es kein Wunder. Das ist Lötigung! Deine Kurve! Junge! Aua! Fuck! Aua! Ja nochmal! Toll! Jetzt bin ich wieder GTA 5. Wann rückwärts fahren? Ich bin gerade in die wendliche Richtung gefahren hier. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt darfst du gar nicht auf der Straße zugelassen werden, wenn wir die gemacht. Blooping! Abschuss! Das geht gar nicht auf der Straße. Höh! Da stand ein Baum. Schönes Rennen Kran! In the mix! Nein, 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 nein! Nein, hier bremst ich ab! Ich wusste jetzt! Ja, der macht sie nicht! Ja, der macht sie nicht! Ich auch nicht! Vollspeed durch hier! In dem mix! Oh, schon wieder der! Immer der gleiche hier! Wow! Du! Nicht runterfallen Brülli! Ja! Ich bin gerade aus! Ich muss mich gar nicht legen! Wer ist denn jetzt hinter mir oder was? Ja! Wir hatten nur ne Quiekehupe da hinter mir! Oder ist das vor mir? Ich kann gar nicht mehr definieren, woher das Geräusch herkommt! Ich kann gar nicht mehr definieren, woher das Geräusch herkommt! Ich hab da wieder so ein 2-Lock-Ding vor mir! Aber es gibt ganz schön Gas hier! Schon gar nicht leer! Von Gang runterschalten! Ja, ich hab da wieder mal aufgeladen, woher das Geräusch herkommt! Ja! 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 Jetzt bin ich wieder ganz hinten, in der Schlucht hier beim Wasserfalle. Ah, scheiße, dann fachst du was, was war das denn da? Jetzt hab ich erst mal drei Fahrt, kann ich erst mal eintrinken. Wir fahren zusammen, Junge. Hä? Da haben wir, da haben wir eine Termine, beziehungsweise hier. Ich bin ganz weit hinten, es sei denn, du bist siebter, dann fahren wir gleich zusammen. Ja, ich mit dem, mit der Vorhinein. Ja, ein Stück ist gut. Erstmal durch die Militärbasis hier durch. Lalom, hier hindurch. Da, 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 war ein Militär. Fahr durch. Da oben fliegen, was fliegt denn hier rum? Was fliegt denn hier? Pumschrauber, scheiße. Alter, fisch durch. Ja, wir dann. Leck mich am Arsch. Ich bin zwischen hier, Helikopter. Was ist hier los? Ja. Hey, da war der letzte Mal nicht. Was habt ihr gemacht? Warum fahren die Bullen hier? Was ist hier? Was ist hier? Hör mal! Woah, wir werden hier voll auseinandergekommen. Alter! Da fliegt ein Polizeiwagner, in den Kenten rein, in den Fluss. Alter, was fährt hier alles mit hier? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Alles, was wir vorhin haben. Alles, was wir hier vorhin haben. Alles, was wir hier so nagefettet. 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 Woah, Mille, du F***er! Ich bin weg. Wo warst du denn? Du hast das früher gemacht, bitte. Der hat mich abgeschossen. Der hat mich voll abgeschossen. Das darfst du nicht warten. Ich hab gerade aufgeholt. Jetzt bin ich wieder letzter Ex. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ich war schon neben Tobi wieder und da schießt er mich weg. Was machen die ganzen Hubschrauber hier? Ey, ich fliege überall Bräuböcken. Ich bin viel zu hoch. Ich häng jetzt... Was machst du da? Ich häng jetzt oben. Das ist mal ein anderes Stuntruel. Jawoll! Ich glaub, wir haben auch nie den richtigen Stuntruel mit der Polizei gefahren hier. Was ist denn los? Der Mille hat mich klar festgehalten. Ich hab dich nicht festgehalten. Der Mille hat mich gesagt. Achso, ich hab wahrscheinlich der Brülle. Mach mal ein Auto für jetzt sowas mit der Lanzer. Meiner nicht. Ich bin wieder gut dabei hier. In dem Mixparalli-Piebel. Der Pfeffer der Räume da oben. Der Pfeffer der Räume da oben. Oh Gott, ich hab schon... Irgendwas hab ich wieder im Rückspiegel. Ich muss ein paar Gas geben. Ab in die Tunnel, Baby. Wuhu! Irgendwas kommt da von hinten wieder. Sonn, die beste Eid. Ich weiß nicht, wer der ist. Okay, die Hupe kenn ich. Da kann nur die Überlehn sein. Die Frau, die hat auch so ne Hupe jetzt. Warum hast du auch so ne Hupe? Ich überhol mal kurz, ne? Weil da geht's bergauf. Oh! Ich bin wieder auf die Straße. Die Frau, die ist voll am Fliegen hier. Das geht mir doch gar nicht. Oh, hier kann man einen trinken. Da ist schön. Da ist die Marlen. Oh, da kommt der Kurve. Guck mal, Vögel! Vögel fliegen hier auf um... Die Vögel, die... Die fliegen hier. Die Killing... Die Killing. Domi! Die Killing! Die Killing! Die Killing! Die Killing! Das ist ganz schön eng geworden! Wo soll man denn hier überholen? Kei, das ist ganz schön eng geworden! Trotzdem immer noch eng. Oh, ich muss da irgendwie... Ich komm nicht ran vorbei hier! Ja, sei hinter mir! Ne! Ach du Scheiße! Alle! Alle sind da! Ja! So, Neustart! Haben wir hier nicht angefangen? Aua! Ich komm gleich nicht zurück! Wir fahren hier in 3er hier wieder! Ne, ne, ne! Mach keinen Scheiß! Jetzt, jetzt! Oh, der! Der Miller! Das ist doch nicht wahr, ey! Hey! Hat sich weggedreht! Gerade Miller hat sich irgendwie weggedreht! Keine Ahnung, was er war! Ich hab ihn nur schreien sehen! Nein! Verpisst euch! Hau bloß ab! Hau bloß ab! Ich hab so gekämpft hier! Oh, die Brücke war ziemlich liefrig! Nein! Oh, wer da ist nun? Irgendeiner ist da! Ja! Ich bin zuerst in den Tunnel! Ich bin zuerst in den Tunnel! Hau ab! Ja! Ja! Weg, weg! Alter! Hinter einander hier! Der Tobi ist neben mir! Ich bin zuerst! Ich bin zuerst in den Tunnel! Keino aus! Jetzt! Sit da! Du bist so fett! Okay, dann rechts dran vorbei, jawoll! Wo warst du ein Reiner hier, ey? Dann geh ich kaputt dran. Jau! Die Frau! Irre! Einfach nur irre! Wir sind alle krank hier! Wir sind krank hier! Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Der hat sich das schon wieder gedreht? Meine Karre sieht hinten aus! Das geht ja mal gar nicht jetzt! Wow! Alter! Oh shit! Oh nein! Nein, Looping! Mit den Bodyguards in den Looping rein! Ich will nicht! Leck mich am Arsch! Was treibt ihr denn hier? Seid ihr alle wahnsinnig! Jetzt kommt mit einer Kranie! Woohoo! Und die Frau auf mir! Jau! Jetzt hat mir einer abgeschossen! Ich habe die Frau auf mir gesehen! WIEDER AN DA GLEISCHEN STELLE! Ich geh kaputt! Wie war die ganze Zeit der Erster, Mann? Jetzt, oh, jetzt, jawoll, mein Auto macht wieder flette Spins hier wie im Burnout. Leck mich da jetzt, ey. Und noch? Darf ich mal wieder auf die Straße? Nein, ich wollte direkt hören, als wir sehen, dass es so aussieht. Oh, Mann, ey. Wer hat mich da abgeschossen? Der war das. Nein, das war Bremse. Ei, Bremse. Hab ich nicht runtergeschossen, als die Gedanken sind. Ich dachte, sie brauchen ja das so wissen. Ja, da hast du mich abgeschossen. Wieder der Marci. Immer das gleiche mit dem Typen. Ich glaube, ich habe kein Wort. Ich konnte mir so schnell bremsen. Ja, ja. Da ist der Brülli. Oh, gib Gas. Voll rein. Über rein in der Brüllmückenvieh. Ampest. Boah, das schmeckt ziemlich viel. Brille. Das ist ganz schön schnell hier. Da vorne fahren die Halle. Ich will auch noch. Ich will auch. Wie weit ist das noch? Ich bin zu schnell. Ja, ich will auch noch. Ich will nicht als Sechster durchs Ziel. Ich bin als Sechster gestartet. Da ist einer in der Klasse. Ich will doch mal rankommen hier. Ich will auch wenn sie später auch noch retet. Ich frag sie, kommst du mit zu mir. Sie sagt, gibt es Bier? Ich sag, klar gibt es Bier. Ich sag, klar gibt es Bier. Ich will auch schon mal rein. Ich will nicht. Genau, brems hier alle mal ein bisschen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Da dreht sich einer weg. Noch ein Hammel schon mal. Da dreht sich der Nächste weg! Karma, Karma! Karma ist a bitch! Karma ist a bitch! Du bist so zu widerlich! Bleibst du jetzt? Hä? Oh, hier kann man einen trinken! Das ist doch passiert hier! Oh, hier kann man auch einen trinken! Zieleinfahrt! Ja! Ruf die Hubschrauber! Ruf die Hubschrauber! Hey, hey, hey! Kann doch nicht rein hier! Jetzt sind wir alle wieder hier! Fick die Hölle, Baby! Das darf nie wahr sein! Das darf nie wahr sein! Das darf nie wahr sein! Das darf ich nicht! Boah, ich kriege doch mit! Das darf nicht! Nein! Nee, der war sie! Nein! Das kann doch nicht sein! Alter! Ja! Boah, was! Ein Rennen! Ich war doch schon jetzt hier ein erster gewesen! Und dann flieg ich weiter so weit nach rechts! Und... Das war ein komischer Stunt! Ich glaub das war... Keine Ahnung! Ich war so drangezogen! Und dann... Warum? 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 Ja! Guck ihn dir an, den Mittelfinger da! Das kann doch nicht sein, ey! Da hat der noch gesehen ganz... Ja, soll ich meinen einen Haar stecken, ne? Nein, ich wollte nach oben! Ja, Brille auf den zweiten... Da machen die alle den Daumen runter! Ihr fahrt nicht mehr bitte! Ja, Frau Brille hat da Platz gewonnen! Ja, du kannst dich gleich verdrücken, ey! Das kann doch wohl da sein, ey! Ja! Ach ja, ihr musst... Ja, ja, das stimmt! Ja, dann schönen Sonntag euch noch, ne? Heute ist ja Sonntag, gell? Dann kommst du wieder gut in die nächste Woche! Und wir sehen uns weiter bei kleine Jumps wieder, wenn der Brille nicht mal wieder so eine YouTube-Pause macht! Ja! Ja, sag doch, Freitag sehen wir uns wieder! So, dann macht's dir gut! Und haut's dir reden! Ja, dankeschön! Und auf Brille sehen!